Von hinten her nach links und rechts und so wie gesagt. Vielen Dank. Oh, auch nicht schlecht. So, Leute, wir kommen jetzt zum Schluss. Ja. Von dem Livestream. Hat Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ja. Was regnet gerade auf mit dem Foto, lass die Sonne rein. Die Sonne, ja. Ja, langsam ist es regnet noch. Weiß ich, wie es bei dir ist. Bei mir ist auch noch Tröpfel noch ein bisschen. Aber jetzt kommt die Sonne, jetzt ist schon Schatten da, so können wir das machen. Genau. Super genial. Jawoll, ich hoffe, das hat Spaß gemacht bei der ersten Aufnahme. Ja, auf jeden Fall. Cool. Hat auch mir Spaß gemacht. Und Uwe, mit uns macht es immer Spaß. Ja, mir macht das immer Spaß. Normal rennen wir ja immer einzeln, aber bei solchen Sachen, da kann man ruhig zusammengehen. Und das hat ja gepasst. So, aber jetzt mal schauen, wie viel habe ich denn. JP John Myers hat 185 CSS. Das sind 18,5 Cent, sagen wir 20 Cent, schmeißen wir rein in die Box. Für den guten Zweck. Genau. Gut. Dann ist es auch drin. So, Uwe, ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Bitte, bitte. Immer wieder gerne. Genau. Und Apollo bei dir auch. Ja. Und schade, dass Bratzen es doch nicht geschafft hat. Na ja, vielleicht beim nächsten Mal. Ja. Insgesamt haben wir jetzt einen Hunter-Score. Wie viel haben wir denn? Uwe hat natürlich gewonnen mit 224. Apollo 139. Das sind 140. 200. 400. 500. Ja, so knapp 600. 3, 7, 8, 9. 9 Tiere in einer Stunde, in einer guten Stunde. Das ist gut. So. 5,538. Oh. So war. 538 haben wir genau. Also habe ich mich voll verschätzt. Ja. Jetzt ist erst noch eine Pause. Bis um 22.30 Uhr. Um 22.30 Uhr haue ich zum Schluss nochmal Pine U Drive rein. Könnt ihr euch nochmal überlegen, an welchen Tag ich anfangen soll. Weil ich glaube, ich habe die Spielstände noch. Dann können wir vielleicht bei Tag 15 oder 20 anfangen. Und dann schauen wir mal, wie weit das noch kommen hin. Natürlich mit Facecam. Und alles verdunkelt. Gut. Ja, Carrie schreibt mal, Apollo, du hast dich gut geschlagen. Carrie. Am liebsten mit Uwe und Carlos. Ja. Und Kartechen. Cool. Jawohl. Das war echt cool. Ja. Genau. Winke, winke. Haha. Genau. Okay. Super. Nee, hat Spaß gemacht. Carlos ist beim nächsten Mal auch dabei. Hoffe ich wieder. Und ja, ich werde jetzt sowieso mehr mit Livestreams wieder arbeiten. Also ihr habt gemerkt, das macht wieder verdammt viel Spaß. Außer dem, dass ich jetzt jeden Nachmittag um 14 Uhr den ETS Livestream mache. Das bringt auch sau viel. Und ich bin froh, dass ihr so mitmacht. Und da drüben ist nochmal ein Hirsch. Oh, das ist die Hirschkuh. Das ist die Hirschkuh. Das ist glaube ich die Kuh. Ja. Hat die ein Glück. Das ist die Hirschkuh. Das hätte ich den nochmal mitgenommen. Okay, gut. Dann sind wir raus und ja, in einer knappen Dreiviertelstunde Pine U Drive Horror Game. Dann beenden wir den Samstag. Gut, bis später. Tschüss. Ciao, ciao. Tschö.